Herzlich Willkommen zurück zur gepflegten Lego-Unterhaltung mit Tobias und seinem Millenium-Falken und seinem Mammut-Projekt. Die zwei fehlenden Steinchen zum Ende der letzten Folge werden die zwei Stunden durchgehalten. Haben wir gefunden, sie fehlten tatsächlich auf der Rückseite. Tobias hat nochmal nachgeguckt. Da sind sie. Die drei. Haben wir das nachgeholt und jetzt sind wir auf der Suche nach den Tütchen Nummer zwei. Ja, wie Ostersuche. Also ich vermute, dass sie hier drin sind, weil auch Tütchen Nummer drei hier ist. Ja, das ist zwei. Aber das kann nicht nur eine sein. Doch, wir brauchen noch eine. Das ist fünf. Das ist drei. Das ist auch zwei. Das ist zehn. Das ist jetzt auch drei. Das ist drei, das ist fünf. Übrigens in der Box, damit, wenn ihr das auch aufbaut, die sind hier nummeriert, 6206398. Was soll das sagen? Dass die anderen, die produzieren ja jedes Jahr gleich. Also wenn die das aufbauen, nehmt den Karton zuerst. Und die anderen Karton, was haben die für eine Nummer? Nee, nein, das ist glaube ich nicht. Das ist doch. Ernsthaft? Ja, natürlich. Du bist ja einer. Ich helfe halt. Ich dachte, das sei einfach 1 bis 17, oder? Das stimmt. Nein, das ist zu einfach. Hallo? Das ist zu einfach. Aber drei Typen kann ich mir nicht vorstellen. Das ist zu dumm. Guck mal, wenn nicht, müssen wir noch mehr Typen gucken. Okay. Ja, das sieht echt ein bisschen wehlich aus. Was halt noch? Ich komme mit dem großen, ich komme mal, was hält der? Ja, der wird voll. Der wird voll. Er wird voll. Das heikel. So, wir müssen wieder nach ran. Mit einem Geschehen quasi. Also, wir machen jetzt sechsmal dasselbe, Freunde. Genau. Also, nicht von anderem. Aber das passt ja mit sechs Platten. Oder? Haben wir keine sechs Platten. Zwei, vier. Für jeden drei. Ja, passt. Wow. Okay. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, echt nicht. Ja, wir werden sehen. Die Folge wird vielleicht ein bisschen kürzer. Ja. In seinem Jugendlichen, der heißt, er macht das. Das sag ich. Und er war jetzt älter als ich. Ich verstehe den ersten Step schon. Das musst du in. Da. Das ist, guckst du. Ich habe ein ganz falsches. Das ist doch nicht wahr. Geht schon los. Es geht schon wieder los. Hä? Was denn? Was hast du so ein paar Probleme? Ja, wenn ich das weiß nicht. Wüsste welches Problem? Ich hätte ja dich schon wieder los. Das machst du. Guck. Guckst du. Nein. Du musst den Kronen nehmen. Habe ich doch hier. Äh. Mami, Mami. Achso. Den hast du, ja. Ja, lass mich doch. Der fehlt der Grundstein. Warte. Wo ist der? What? So, jetzt. Wo kommt der denn her? Der kommt da her. Ach, den Step habe ich gar nicht gesehen. Nein, ich bin da rum angefangen. Ich dachte mir, warum passt das dann? Ja, dann ist klar, dass ich nicht verstehe, was wir los sind. Ja, dann will ich auch nicht gleich kommen, wenn man einen drüber springt. Den habe ich echt nicht gesehen. Er bohrte in der Luft, müsst ihr wissen. Er bohrte in der Luft. Ich bohrte in der Luft, genau. Der ganze Falcon steht gleich in der Luft. Unglaublich. So lange er nicht in der Luft geht, ist alles in Ordnung. Oder explodiert. Wenn er fertig ist. Vielleicht fliegt er. Kabumm, in allen zu teilen. Wir gut teilen. Stell dir noch vor. Das heißt, es war Mama. Nein. Den muss ich echt heilig nach Hause kriegen. Das fraut mich wie. Vielleicht sollten wir den in einem Auto zusammen machen. Ja, irgendwie schau ich da schon ganz vorsichtig vor. So optimistisch. Erfache. Also wir müssen dreimal das jemals bauen, ne? Jetzt, ma'am. Ich bin schon dabei, ma'am. Ich baue erstmal... Das sind die Teile, ne? Hier unten. Ja. Muss ich erstmal... Tja. Tja. Hallo, du hast einen schon fertig und ich? Was? Ich noch nicht mal. Ja, da kann ich ja wiederum nichts für... Ja, doch. Du hast mich ausgetrunken. Ich hab gar nichts. Tja, das ist richtig. Ja, nichts. Obwohl, ja, hat er. Hat er. Hat er. So, den ersten hab ich jetzt auch. Nach dem dritten Mal weiß man, wie es ging. Nach dem dritten Mal weiß man, wie es ging. Wie immer. Wie immer. So, wir machen das natürlich intelligent. Wir sind hier so. Na, Arbeitsteilung. Ja, jeder drei ist Arbeitsteilung, ja. Wer zuerst fertig ist, kriegt einen Kekse. Im wahrsten Sinne. Ja, im wahrsten Sinne. Kekse. Ja, ich liebe Kekse. Ja, die esse ich besonders gerne im Moment. Ja, die sind sehr lecker. Das stimmt. Also, wir haben vorhin ein bisschen genascht, weil wir brauchten die Fin. Aber nur ein bisschen. Wir wollten uns nicht zu viel loben. Wer weiß, was noch kommt. Ja, wir haben so viel Scheiße am Anfang gemacht. Ja, eben. Das wäre zu viel gelegen. Guckt die ersten zwei Stunden lang. Okay. Komplett. Komplett in ein Stück. Am Ende geht es um die Windspiele. Wie sich das gehört für YouTube. Wer so lange aushält. Na, wer weiß. Die Geeks. Ja, unsere treuen Fans. Ja. Schaffen das. Ja, ich hoffe nur die Festplatte macht das nachher. Hör auf. Hör auf. Mach mir keine Angst. Doch, warum weiß ich nicht. Angst würde ich dir keine machen. Ich bin mit zwei fertig. Warst du jetzt erst? Was? Bist du schon mal drin oder was? Ja, ja. Hör auf. 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 Und wo ist Kalt? Mir ist ein bisschen zügig gerade. Mir nicht. Ich werde das Ganze rumsetzen. Ja, leicht. Dann wird mir in letzter Zeit schnell kalt. Ist nicht schlimm. Geht wieder weg. Vielleicht teilt er da. Vielleicht teilt er. Ich komme nicht weiter. Toreas kann aufhören, weil ich blind bin. Das gefällt mir nicht. Fertig. Wie ihr gesagt habt, muss man halt auf und zu mal suchen. Bam bam bam. Wir durften die Nase pritzen während der Aufnahme, es geht gar nicht. Na ja, es ist so. Es ist wie es ist. Es ist, was es ist. Wir sind eben Menschen. So, die Rest ist wieder Zeit. Hallo, ich bin nur drei Schritte hinter dir, glaube ich. Was hier? Ich habe die Falken schon dreimal aufgebaut. Genau. So ist es. So, jetzt machen wir noch die, dann bin ich auch fertig. Siehst du, noch zwei Schritte. Wo sind die? Die beiden, ja. Muss ich für ihn schon mit suchen. Ja, genau. So. Next. Jetzt kommen schon die Pinne da rein. Oh ja, so verkehren habe ich gar nicht. Was ist das? Das sind diese schrägen Teile hier. Achtmal. Okay. Ach du liebes bisschen. Vier, sechs, acht. Und wo kommen die lang? Ja, außen. Außen natürlich. Symmetrie, Symmetrie, ich liebe Symmetrie. So, viermal, noch mal viermal. Ich kann ja schon mal anfangen, die Geschichte des Falkens zu erzählen vielleicht. Oha, wir haben Episode 1 noch nicht mal durchgeführt. Ja, schon. Hast du schon wieder eine rauslassen? Oder Episode 2, bei 1, weiß ich nicht. Episode 2 erzählen wir über Episode 6 oder so. Muss ja passen. Mann, schade war mein Haupt. Bei 1 weiß ich kaum noch was. Ja, dann erzähl Episode 2. Ja, genau. Wow, ich kann mehr über Episode 2 erzählen. Woop, woop. Dann tun wir 1 bis 3 zusammenziehen, weil ich weiß nicht mehr genau, was da war, in welcher. Deswegen ist das. Aber wobei 3 ist, wo Anakin schon böse ist. Ja, dann haben wir doch alles zusammengefasst. Ja, also. Hat Yoda sich das endlich jemals vorgeworfen? Ich glaube, der Obi-Wan hat sich das vorgeworfen, weil er sie ihn ja auch angelernt hat. Ach, Yoda gar nicht mal so. Ja. Yoda hatte damit nichts zu tun. Als sein Schüler halb tot war, hat er eben dann Anakin angelernt. Aber konnte er ihn nicht kontrollieren? Also nach dem Motto, nur die guten Sachen lehren? Ja, er hat es versucht, aber der Anakin war halt so ein Sturkopf. Und wollte ja immer seinen eigenen Weg gehen. Und dann hat er halt gehört, dass durch diese Macht, also böse Macht, man Tote wiederbeleben könnte. Ach, wegen seiner Mutter. Genau. Die Mutter ist ja gestorben. Ja, ja, ja. Da kommt mir doch was in den Sinn. Genau. Und da ist er auch zu diesem Volk gegangen, zu den Sandmännern. Und da hat die alle getötet. Die Frau kennt alles. Warum? Die ganze Sippe. Weil er wütend war. Er war wütend. Seine Mutter ist gestorben und er hat sich an denen gerecht. An allen. Und die ganze Sippe. Ach so. Und einer von denen war der Mörder eigentlich nur allein. Ja, genau. Der hat einfach ein ganzes Fack ausgelöscht. Nur wegen seiner Mutter. Kann man irgendwo auch verstehen. Ja, gut, aber es gibt immer andere Mittel und Wege. Es gibt immer einen anderen Schwamm. Ja, blöse bloß auch. Jerusalem. Israel. Das wird spannend, nicht? Das war kein guter, schlauer Fach. Interessant finde ich, dass er das so einfach bestimmen kann. Ja. Ist eben die Hauptstadt fertig. Ja, eben. Da hat doch eigentlich das Land an sich mehr zu sagen. Also das ist mir nicht ganz klar, wieso das so ist. Irgendwie merke ich. Er hat es eben da anerkannt. Sehr gut. Super. Super gemacht. Super. Ja, das muss einfach mehr. Ähm. Wo ist das jetzt schon wieder? Da. Ja. Der Trump macht sich auch immer nicht gerade Freunde. Dann macht er das schon seit seiner Amtszeit nicht. Also wirklich. Mir fällt nichts Gutes ein, was er gemacht hat. Also wenn ihr was wisst, schreibt es in die Kommentare. Ja doch, das Steuergesetz ist Änderung, ne? Wow. Da schimpfen aber auch alle drüber. Ja, aber die Reichen auch Reichen werden. So ist es. In NRW schaben sie Sozialtickets an. Auch eine super Idee. Aber da gab es so einen Aufruf, dass die das wieder zurückgezogen haben. Ja, für ein Jahr oder so. Ja, wirklich. Bis zur nächsten Wahl. So ein Bullshit. Ist es. Vor allem war das in ihr Wahl gar kein Thema. Und dann hauen die auf einmal sowas rum. Sowas finde ich aber am besten. Das fand ich auch scheiße. Vor allem die, die kein Geld haben, noch in die Tasche zu greifen, das geht gar nicht. Ist doch immer so. Ja, aber warum? Tja, dann musst du die Politik fragen. Die scheiß Lobbyisten, aber. Tja, das sind komischerweise immer die am erfolgreichsten, die sich selber lenken können. Das ist, je mehr, je selbstständiger du bist, also je weniger du von anderen abhängst, desto mehr kannst du leiden. Das ist nun mal so. Wenn du die anderen nicht brauchst, dann kannst du auch über dich selber bestimmen. Das ist ja der Witz. Ja. Und das macht mich so wütend. Das macht viele wütend. Aber es macht die Leute auch nicht wütend genug, sonst wäre schon längst die irgendwelche Häuser anbringen. Ja, es gibt, also wir meckern immer, aber tun nichts. Ja, das ist genau der Punkt. Das ist immer der Punkt. Das macht mich auch wütend. Das macht mich auch immer wütend. Hallo, wir meckern, meckern, meckern und was machen wir? Nichts. Ja. In Frankreich, Spanien, Italien gehen sie auf die Straße, aber wir lassen uns alles gefallen. Leider, ja. Ja. Revolution! Ja, müsste eigentlich echt mal... Oh, jetzt wird unser Kanal gesperrt. Nö, wieso? Das ist eine Freimeilung. Es gibt so viele Leute, die über Politik reden auf YouTube. Die Erde ist flach. Genau. Um nur einige zu nennen. Flach-Earth-Zerside. Ja. Das hat jetzt nichts damit zu tun. Aber gestern war ich halt von der Weihnachtsfeier wieder zurück, auf dem Weg nach Hause. Und da ist ein Motorradfahrer auf der Straße. War zu glatt, ist da dann hingefallen. Da fand ich halt gut, dass dann drei Leute, also mit mir inklusiven halt, dann dahin sofort hingerannt sind und gefragt haben, wo alles in Ordnung ist und so. Ja. Ja, ich glaube, die Zivilcourage geht noch mit. Die Zivilcourage ist nicht selbstverständlich, aber... Wenn uns die Politik schon im Stich lässt, müssen wir uns wenigstens dabei sein. So. Hä? Ich kann schon verstehen, warum es immer mehr Ausstärker gibt. Hm. Hm. Ich will einfach sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich will einfach sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das sieht schon sehr was anderes aus hier geworden, muss ich sagen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier baue. Ich mache einfach mal. Ja. 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 Ja, das ist richtig. Du bist ja nicht der Einzige, ne? Aber dann weiß ich, dass ich es auch richtig gemacht habe. Hättest du nie vorwahlen können. Hast du nie gefragt. Und du hast nichts gesagt. Weiß ich noch mal ein Lied. Hattest du mich gerade verlackert oder habe ich in das eigene Pin? Ja, habe ich aber auch gerade gedacht. Wir haben schon mal los. Vielleicht haben wir auch Besuch. Kannst du mir aber sagen, dieser Pin, ist das ein schwarzer oder ist das ein grauer? Das ist ein grauer. Ist das so einer? Nummer 7 ist das. Sehe? Ja. Steht ja auch da. Nummer 7. Das ist ein grauer. Alles klar. Hier, bitte. Nummer 7. Dafür sind die Nummern und die Abstände. Lego hat da sich schon was gedacht. Spricht Zeus. Lego denkt sich was dabei. Okay, dann passt das mit der Länge auch. Nummer 12 passt. Siehst du, ich gucke nach. Ich bin schlau. Ey, dass dort die langen Pille sind, das hätte ich ja auch so sagen können. Hey, hast du aber nicht. Kamuslieb. Wie gehört. Du kannst aber stehen bleiben würden, aber du bleibst nicht stehen. Ja, richtig. Habe ich mir ja auch gerade gedacht, ich will das hinstellen, das geht aber nicht. Ist schon witzig. Ist da denn noch einer drunter? Nein. Nur einer. Merkwärdig, das sieht aber komisch aus. Aber da bin ich noch nicht. Gucken wir mal, ob du die auf dieselbe Höhe kriegst, weil dann passt das bei mir irgendwie nicht klar. Schauen wir mal. Vielleicht soll das auch. Doch, muss ja auch dieselbe Höhe. Muss. Da bin ich ja jetzt gerade. Ich bin jetzt hier. Ich baue ja dreimal, siehst du ja. Dreimal jeden Schritt. Da ist kein kleiner drunter. Hier ist aber kein kleiner drunter. Kriege ich die nie auf dieselbe Höhe? Ja, das ist auch nicht auf der Sende. Das sieht das aus. Da siehst du auch, dass die nicht auf der Sende Höhe sind. Siehst du, was ich meine? Der Schwarze hier ist tiefer als der Graue. Ja, und der Schwarze soll aber größer sein als der Graue. Ich mache das gleich. Ich mache mal weiter, wie ich denke. Mal gucken, was da rumkommt. Mal gucken, wie es bei mir aussieht. Ja, wenn es bei dir genauso aussieht, dann wird das passen. Sieht es bestimmt nicht, weil ich Profi bin. Profi, muss ich sagen. Du bist für Tiere, Profi. Ja, und während diesen drei Episoden ist es auch so, um wieder als Star Wars zurückzukommen. Ach, was geht zum Star Wars? Ich habe schon gesagt, Indiana Jones oder was geht? Ja, können wir auch drüber reden. Nein, aber gut. Da ist auch die Liebesgeschichte zwischen Partner und Anakin. Am Anfang sieht sie ihn nur als Kind und dann wird er auch erwachsen und sie auch. Dann entwickelt sich auch eine Liebe und die treffen sich heimlich. Wie das so ist. Ist eigentlich verboten. Warum denn? Ja, also ein Jedi darf nicht Liebe empfinden. Ist einfach so. Sind so ruhig blieb. So, so. Ein Jedi darf keine Liebe empfinden. Okay. Stört die Macht. Jo, wird mich auch stören. Ja. Na, dann machen wir mal die hier. Mann. Was hat er da denn jetzt Schickes? Hey. So. Also, ihr müsst schon ein bisschen Kraft aufwenden, um die hier drauf zu stecken. Auch so schön gewesen. Ich meine nur, wenn die Zuschauer... Okay. Ich will nochmal eine Erfahrung weitergeben. Mhm. So. Mach ich auf der Arbeit auch immer. Mhm. Nö, dass die Röhrchen kommt da hin. So. Jetzt ein Ding auch, der kommt dann da hin. Nee. Mit dem Ding in Hauen. Mit schwarzen Hauen? Nee, schwarzen Hauen. Aber man hat dann jetzt den Gelben genommen, man weiß es nicht. Gelb ist halt schön. Ja, aber den siehst du eh nicht. Der verschwindet doch. Gelb ist halt schön. So, ich will so sein. Äh. Was? Wie? Ich bin durch mit den zweiten. Ja, auch. Guck mal, ich bin erst zwei Schritte da. Ja, gut. Dann warte. Ein, zwei, zwei Schritte von mir. Wie machst du das? Magic. Und dann ist alles falsch. Süße Magie. Ja, die eine Sache, die nervt mir so ein bisschen. Aber da weiß ich nicht. Boah, die sind alle nicht so. Ich guck ja gleich. Ich bin ja gleich da. Ups. Kannst du mir auch die Stäbe hier schon mal vorbereiten? Nee, das will ich eben nicht. Weil da habe ich nämlich die Fehler vielleicht. Das willst du halt nicht. So, und jetzt gucken wir, ob das bei dir ist. Nee, ist auch nicht auf einer. Gut. Siehst du aber auch so, ne? Ja, ist ja auch richtig. Weil das ist, für mich ist das eine Orgel irgendwie. Ja, ist nur. Aber der schwarze ist halt bei mir größer Höhe. Siehst du das? Ja, ist ein Or. Ja, den kannst du noch ein bisschen reinstecken, wenn du willst. Kann den auch ein bisschen rausziehen. Das werden wir sehen, wo sie gleich hin müssen. Richtig. Davon wird das abhängen. Davon wird das auch abhängen. Und das kommt wahrscheinlich gleich hier drauf. Wird der schon da draufstecken? Nein! Ich kann das ja schon mal vorbereiten, so. Und wir lassen noch einen Schritt weiter. Ich will auch einen Schritt voraus, ne? Ich denke mal, das kommt dann. Er guckt schon in die Zukunft. So? Nachbarn drehen nach dem Rand. Nee, ich guck vorwärts in die Zukunft. Aber bei mir sieht's halt besser aus als bei dir. Ja. Die Tiefen geht. Hihi. Wir machen Schönheitswettbewerb. Genau. Ihr könnt abstimmen. Die Frage ist, wie rum kommt das hinterher? Kann auch falsch rum sein. Das ist jetzt das Problem. Nicht falsch rum. Ja, weil das nicht so methodisch ist. Je nachdem, welche Seite der Fuß hier. Wollen wir das sehen. Ach so, machst du das? Mach hin, dann bleiben wir unter 30 Minuten. Hallo, ich hab jetzt noch nicht akkord hier. Das steht nicht im Vertrag. Das steht so nicht drin. Das will ich so nicht. So. Das passt. Das passt. Wie gesagt, ich mach das ordentlich. Ja, dann blätter mal um. Nee, hier noch. Mir fehlt noch ein Schritt. Ja, mach. Deswegen hab ich ja gesagt, was rennt ihr vor. Bitte warten. Bitte halten Sie Ihre Linie. Ja. So, das kommt da hin. So, und dann die Räuche. Kommen wir auf der anderen Seite. Ja, viel Technik-Kram, ne? Ja, gehört ja dazu, zum Schiff, ne? Stimmt. Ja, traurig finde ich. Das gehört ja noch nicht zu Lego Technik. Also stehen wir dann Lego drauf. Das ist nicht Lego Technik, weil du hast ja keinen Motor oder so. Ja, es gibt auch Lego Technik ohne Motor. Echt? Ja, ja, klar. Pneumatik oder so gibt's auch. Ach du wirst lachen, die stecken ja schon drauf. Ha! Der hat mich überlistet, der Sack. Die stecken schon drauf. So, wo kommen die eigentlich? Aber die sind nämlich doch verkehrt drauf. So. Dann bin ich jetzt durch. Zack. So, und die kommen jetzt. So, das ist das. Das ist da. Das ist da. So, und jetzt kommen die so rum. So, wo ist der eine? Ja, gut. Dann hab ich ja alles richtig. Interessant. So, und jetzt könnt ihr einmal... Einmal raten, wo ich hinkomme. Einmal vergleichen. Wer hat es schöner gemacht? Für mich sieht das gleich, oder? Ja, stimmt. Verdammt. Ach, du ahnst es nicht. What? Einmal rumdrehen. Und jetzt kommt unser Modell von vor zwei Stunden wieder her. Aber hier sind doch tatsächlich... Gut. Ähm, Füße. Waren nicht Füße? Keine Ahnung. Hm. So, die kommen hier rein, oder was? Ja, Moment. Die haben noch reinstecken. Doch, das guckt schon. Guck schon. Warte. Ich glaub, dass der da reinkommt. Ich glaub das nicht wichtig. Doch, weil das ist ja der Vierer hier. Da bin ich ziemlich... Ich bin doch ziemlich sicher. Ja, aber... Da kannst du ja nichts falsch machen. Rums. Fertig. Da steckt einfach rein. Ja, was soll ich denn sonst machen? Wenn du uns schießt, dann steckt die noch rein. So. Deswegen ist es auch ziemlich egal, ob die Pinockel auf einer Höhe sind oder nicht. Doch. Ist es wichtig, weil... Weißt du warum? Nö. Der Optik wegen. Wegen das hier, genau. So, fertig. Hast du die auch... Was? Korrekt. Hast du richtig gemacht. Dankeschön. Sehr gut. Ich mach dann mal das hier fertig. Ich... Kommst doch doch... Kommst doch nichts. Nee, dann wird nichts mehr. Es wird heute nichts mehr. Wohl doch. Jetzt mach mir nichts kaputt, da sonst komm ich... Gib mal her, ich den vorbeidee mich gleich. Ja, warte. Ich wollte doch nur... Ja, okay. Ja, genau. Ich wollte nur, ich musste aber nichts. Hallo? Gib her. Meine Güte. es sieht wirklich wenig aus was hast du denn auf dem kopf ja siehst du ja gleich wieder fummeln was ist denn mit dir noch ein bisschen drauf gleich wieder fummeln wieder so kommt der auf den kopf bitte schön der kommt auf den kopf ja genauso wie die kommt der in der mitte wo kommt der dann hin irgendwo in der mitte do you see do you know richtig aber wieder um ja ja das darf nicht auf dem kopf stehen ach du scheiße alter weil ich dem stehen brauchen und dann kommt das hier hier hin dann drehst du mal bitte so dass ich das erkenne oder pack selber rein wenn du es gerade weiß ich glaube das darf noch gar nicht zusammen sein darf keiner sein ach so oder nee nee der eine ist noch nicht drauf hier muss der einen pin noch mal machen muss eine seite noch mal machen und dann seitlich drauf schieben dann passt das siehst du sie schmeinen ja aber ich weiß wie es gehört der lässt mich nicht genau ja aber das muss doch fast aber nicht muss genau so rum also so ja richtig ist auch muss auch so dann setzten den gelben auf nicht so weit im brau grau 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 grün was ja auch richtig welches loch ist das sind sind wir mit der drei symmetrisch das tut sich heute ein bisschen schwer und macht was kaputt ja aber warum spielst du das in der luft aber ist richtig nein doch drei hast du gesagt ja ins dritte du sagst mal drei frei ich sag ja das ist auch okay das hat auch keiner dass das irgendwo drauf soll jetzt kommt das und dann machst du den grauen da drinnen und dann sind wir durch ja das war titel nummer zwei niemand dass das irgendwo festzahlen oder guck nochmal nee nee das ist schön und wenn es auch ankommt kann man das so machen für aus irgendeinem grund dass wir vielleicht noch irgendwie kommen geschütztürmer ja ich weiß nicht was das stimmt ich sag geschütztürmer der versteht es auf füßen so er steht auf füßen und man kann halt hier hoch es hat schon mal was von dem ufo das ist immer noch das gerüst du kannst mich machen immer noch nackt er steht auf nackt in diesem sinne Freunde das war tüte Nummer 2 von 17 aber das ging jetzt richtig flott bis zum nächsten bis so dann ciao